Mein heutiger Gast ist der Jackson. Jackson betreibt einen YouTube-Kanal, der ist auch ein Künstler, der singt selber und schreibt auch seine Texte. Zudem ist er dunkelhäutig und über all diese Themen haben wir ganz offen geredet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lass uns starten. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Arabisch-Alemisch ist ein Podcast für alle Menschen, die die Arabisch-Arabisch und Alemisch lieben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Arme in einer neuen Folge mit einem sehr besonderen Gast. Unsere Folge heute wird sehr interessant, denn sowas kommt tatsächlich nicht öfters vor. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus, dass dieser Gast heute sehr offen über das heutige Thema sprechen will und möchte. Und ich sage herzlich willkommen, Jackson. Schön, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Hey, ich bin Jackson, 23 Jahre alt, wohne derzeit jetzt auch in Duisburg, bin Angolana, aber bin in Deutschland geboren und habe die meiste Zeit in Belgien verbracht. Sprich, man könnte schon fast sagen Belgier. Du bist Angolana, das bedeutet, dein Vater und deine Mutter auch aus Angola oder wie sieht es aus? Ja, korrekt, meine Eltern kommen aus Angola. Und aber du bist in Deutschland geboren und dann die meiste Zeit in Belgien hast du es verbracht. Wieso? Wie ist das dazu gekommen? Die Kindheit von mir habe ich wohl hier in Deutschland verbracht. Meine Jugend eher, also das gehört immer noch zu meiner Jugend, aber meine Jugend eher in Belgien, hat alles damit angefangen, dass mein Vater ein besseres Arbeitsangebot bekommen hat in Belgien. Er ist LKW-Fahrer und hier war das einfach wirklich nicht rentabel. Es hat einfach nicht wirklich funktioniert. Und ich wurde aber zuerst nach Belgien geschickt. Also ich war dann in einem Internat für drei Jahre. Dahin hat auch mein Vater sich dann auch vorbereitet, eine Wohnung zu finden in Belgien, denn es gibt drei Partien in Belgien. Einmal Flandern, die Wallonie und die DG. Und die DG ist die deutschsprachige Gemeinschaft. Und da haben wir dann einen Platz gefunden, aber erst nach drei Jahren. Und deswegen war ich gezwungen, zuerst nach Belgien zu kommen. Aber dies nicht in der DG, sondern in der Wallonie. Sprich, ich bin in Belgien erst mit Französisch in Kontakt getreten. Wie war das überhaupt für den kleinen Jackson, erstmal Deutsch zu lernen, beziehungsweise, naja, ich würde mal behaupten, dass Deutsch deine Muttersprache ist. Aber dann, du bist in dem jungen Alter alleine ins Internat geschickt und ja, du musstest dich ja irgendwie verständigen. Dann musstest du quasi nochmal die neue Sprache lernen, oder? Exakt, also ich konnte schon Deutsch, Deutsch, wie gesagt, meine Muttersprache. Und ich bin dann da angekommen und die einzige Person, die Deutsch sprechen konnte, war meine Cousine. Sie war auch da und sie hat sich ab einem Punkt geweigert, mit mir auf Deutsch zu sprechen, weil ich sehr rebellisch war. Ich habe es gehasst, nach Belgien zu ziehen oder beziehungsweise im Internat zu sein, weil ich meine ganzen Freunde verloren hatte und ich einfach Französisch lernen musste von Null auf. Und ich habe das kein bisschen gefeiert. So und ab einem Punkt hat sie mich dann auch ins kalte Wasser geworfen, weil sie dann auch nicht mehr mit mir aktiv auf Deutsch gesprochen hat. Und dann war ich tatsächlich einfach gezwungen, Französisch zu lernen. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, die Sachen, die man lernen möchte, lernt man, aber dafür braucht man lange. Aber die Sachen, die man lernen muss, dafür braucht man nicht lange. Denn als ich nach Deutschland auch gekommen bin, vor sechs Jahren, da musste ich mich mit den Menschen verständigen. Und da musste ich auch, oder ich wusste besser gesagt, wenn ich mich jetzt nicht verständigen kann, dann kann ich nichts in diesem Land erreichen. Und deswegen war es für mich ein Muss, die Sprache schnell zu lernen. Da war ich schon 24 Jahre alt. Du warst ja sehr jung. Wie war das für dich, so neue Sprache? Ich kann dem zustimmen, was du sagst. Wenn man gezwungen ist, wenn man muss, dann lernt man wirklich schnell. Und vor allem, wenn man jünger ist, also ich war da Anfang 15, wenn man jünger ist, lernt man das umso schneller. Ich habe Französisch tatsächlich in sechs Monaten gelernt. Und das war schon krass. Ich konnte wirklich Französisch in sechs Monaten sprechen. Das Einzige, was ein bisschen härter war, aber das liegt auch einfach bei jedem so, ist das Schriftliche. Die Rechtschreibung ist auch wirklich sehr, sehr krass. Und damit musste ich mich so ein bisschen durchboxen. Aber was das Sprechen anging, das war in sechs Monaten auf einmal. Also ich war da. Und plötzlich habe ich auch gedacht, damn Jackson, du kannst Französisch. So plötzlich einfach. Ja, so ein Erfolg erleben, sozusagen. Und dann, wie ging es weiter? Also ab dem Punkt, als ich akzeptiert hatte, dass ich Französisch lernen musste, ging das ja alles relativ schnell. Ich habe mir Freunde angeschafft. Ich habe Freunde gefunden, mit denen ich mit meinem kaputten Französisch gesprochen habe. Ich habe bei Aktivitäten mitgemacht, in der Schule mehr aufgepasst, in Anführungsstrichen ein bisschen mehr aufgepasst und habe dann auch immer mehr dazugelernt. So, und dann habe ich halt drei Jahre da verbracht und bis zu dem Punkt, wo meine Eltern dann auch in Eupen, in der DG, eine Wohnung gefunden hatten. Und dann bin ich komplett umgezogen und musste mich dann wieder, also ich habe Deutsch nie verlernt. Deutsch, ich schlafe, ich träume auf Deutsch. Also das konnte ich niemals verlernen. Aber ich hatte dann wieder eine schulische Umstellung gehabt, weil ich mich schon langsam daran angewöhnt habe, alles auf Französisch zu machen. So, und in der DG ist Französisch zwar auch, sage ich mal, zweiter Hauptfach, aber Deutsch ist trotzdem die primäre Sprache da. So, und ich musste mich dann auch wieder darauf einstellen, alles wieder auf Deutsch zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass es wieder ein bisschen knifflig geworden ist, auch mit den Lehrern und so. Boah, das stelle ich mir echt sehr schwer vor, denn man wächst gerade so auf, fängt mal an, Kita, Kindergarten und dann auch fängt man mit der Hauptschule in Deutschland. Und dann auf einmal, ja, jetzt ins Intranat. Und zwar nicht in Deutschland, sondern in Belgien. Und zwar in einer Region, wo primär Französisch gesprochen wird. Und danach wieder nochmal zu einem anderen Teil, wo eher Deutsch mehr gesprochen wird, was für dich natürlich gut ist, nur für diese dauerhafte Umstellung, was hat das in dir geprägt? Ich war relativ froh, dass ich wieder in einem deutschen Gebiet tätig war. Aber es war, also ich habe nicht gemerkt, wie sehr mich das beeinflusst hat, weil ich wirklich in so einem französischen Flow reingekommen bin. Und ich sage mal so, ich bin dann angekommen, PDS, das ist die Pader Damien Schule in Eupen. Und das ist eine Elite-Schule dort, so, ist eine katholische Elite-Schule. Ich bin da angekommen und ich war sehr motiviert, habe dann auch direkt gesagt, ja, beispielsweise bei meiner Mathelehrerin, die Frau Schumacher. Und ich bin da angekommen, so, und ich habe dann gesehen, vor allem bei Mathe, ich habe ganz andere Wörter im Kopf. So, und diese Wörter, die die anderen auf Deutsch hatten, wie irgendwie, was weiß ich, Mal oder so. Natürlich Mal hatte ich wohl im Kopf, so, aber diese ganzen Sachen hatte ich gar nicht. Und ich hatte ganz andere Begriffe gehabt. Also bin ich zu der Lehrerin hingegangen, habe ihr auch gesagt, ja, schauen Sie, Frau Schumacher, ich bin von der Wallonie jetzt hier in der DG gezogen. Und ich würde gerne mal extra Blätter haben, um dazu zu lernen, zu Hause selber. Also ich habe meine Motivation gezeigt, habe auch gezeigt, dass ich lernen möchte. Und die Dame sagte mir, ja, das ist kein Problem, das machen wir gerne, dies, das, dann kannst du zu Hause lernen. Ich war glücklich, bin nach Hause gegangen, komme am nächsten Tag zurück. Und dann kam mein Erzieher. Ich muss mal ganz kurz dazu erklären, in Belgien ist das System so, dass es für jeden Jahrgang einen Erzieher gibt, der sich um diese ganzen Sachen, die ganzen Dokumente und alles kümmert. So, und dann ist mein Erzieher gekommen und hat mir gesagt, ja, Hammer Jackson, du bist ein netter Junge, aber einige gehen davon aus, dass du nicht qualifiziert genug bist für das Unterrichtswesen hier. Und ich habe dann gedacht, wie, was wollen sie damit sagen? Ich meine, ich bin nur ein Tag hier. Ich habe nicht mal gesprochen mit irgendjemandem. Wie könnt ihr denn davon schließen, dass ich nicht qualifiziert genug wäre dafür? Also ja, wir gehen davon aus, dass du eher in einem technischen Bereich gehen solltest. Also es gibt zwei Varianten in Belgien. Einmal die allgemeinen, das ist das normale Abitur, was man machen kann. Im Prinzip kannst du auch bei dem technischen ein Abitur machen, aber es ist mehr berufsorientiert. Sprich, du richtest dich mehr an einem Beruf an und das wollte ich halt nicht, weil ich konnte nicht akzeptieren, dass Leute einfach von einem Tag, obwohl die mich nicht gesehen haben, obwohl ich gezeigt habe, wie meine Bereitschaft ist zum Lernen, mich abstempeln wollen. Also für mich war das so mäßig, die wollen sagen, das ist ein Dummkopf und der gehört nicht bei uns und das konnte ich nicht akzeptieren. Ich habe dem dann gesagt, nee, ich habe dann auch einen Brief an meinem Schuldirektor geschrieben, habe auch gesagt, dass ich das nicht akzeptiere und ich auch bei dem allgemeinen Bildungswesen weiter arbeiten möchte, also weiter lernen möchte. Wie alt warst du da und welche Eindrücke hast du von dem Gespräch, also sprich, als er das, als der Erzieher dir das mitgeteilt hat, welche Gefühle hattest du von ihm quasi abbekommen können? Ich war da so 17, 18 und habe echt gedacht, dass die anhand meiner Hautfarbe irgendwie mich rausdrängen wollten, weil in dieser Schule gab es nicht viele Schwarze, wir waren wirklich eine Minderheit, wir waren da acht Schwarze. Und ja, ich war einfach schockiert, weil du kannst ehrlich, du kannst doch nicht jemanden wirklich, doch man kann wirklich ein Urteil schöpfen von einer Person nach einem Tag, natürlich, aber du kannst nicht die Kapazität von einem so schnell beurteilen können, wenn die ersten, die erste Woche sogar meistens eine Kennenlernwoche ist, wo die meisten sich nicht mehr trauen zu sprechen. Und dann ist es ganz normal, dass ein neuer Schüler, der von wo ganz anders kommt, keine Freunde hat, erstens einfach mal ruhig in seiner Ecke sitzt und zuhört. Und genau das habe ich gemacht. So, und dann kann man mir nicht sagen, dass ich nicht qualifiziert genug wäre für irgendwas. Ich meine, wenn man noch in der Pubertät beziehungsweise in dem jungen Alter ist, dann ist man schon eher mehr von Emotionen angetrieben als von Rationalität, würde ich mal meinen. Und deswegen kommt dann, diese Gedanken kommen direkt in einem Hoch, wo man sagt, okay, hier geht es um Diskriminierung. So denkt man erst mal. Und dann sagt, ja, die machen dies und das, weil die oder weil denen meine Hautfarbe nicht gefällt. Aber wie war das in der Wirklichkeit? Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr angetan wegen der Frau Schumacher. Es gab auch andere Lehrer noch, die mir noch ein heftigeres Gefühl gegeben haben. Das war aber nicht bei allen so. Das Problem war aber, dass ich wegen diesen diversen Lehrern meine Motivation verloren habe in diesem Jahr. So, und ich habe dann in diesem Jahr, das ist wirklich mit Abstand das schlechteste Schuljahr, das ich jemals in meinem Leben absolviert habe. Da habe ich wirklich alles, also bei uns in Belgien ist das so, dass in Deutschland ist das System 1 bis 6 und in Belgien ist das 0 Punkte bis zu 20 Punkte. Und wenn du unter 50 Prozent bist, dann ist das halt rot. Und bei mir war wirklich fast alles rot. Ich habe so gut wie gar nichts gemacht. Meine Motivation ist wirklich den Keller runtergegangen, weil alle mich irgendwie, also so hatte ich das Gefühl gehabt, dass alle mich einfach unterdrücken wollten. Und ich habe dann zu dieser Zeit auch meinen Partner kennengelernt, Chris, der ist dann auch nach Belgien gezogen. Und bei ihm war das so ähnlich. Und das Problem war jetzt, er wurde unterdrückt, ich wurde unterdrückt. Also haben wir beide so mäßig einfach gemacht, was wir machen wollten. So, und somit habe ich dann auch mein schlechteste Jahr dort absolviert. Und habe dann auch die Schule gewechselt, weil ich wirklich der Meinung war, dass die Lehrer mich da echt nicht haben wollten. Und dann bin ich an der Schule weitergegangen, also nicht sehr weit von dort und habe dann auch dort alles ganz in Ordnung gemacht. Ich habe mein Abitur ganz normal absolviert. Jetzt zurückblickend nach ein paar Jahren, würdest du wirklich sagen, dass es nur aufgrund deiner Hautfarbe dieser Urteil gefallen ist und dass sie dich nicht haben wollten? Ich kann bei einigen sagen, dass ich mich doch geirrt habe, dass es nicht unbedingt aufgrund der Hautfarbe war. Bei einigen war es wohl so. Das, worauf die wohl geschlossen haben, weswegen ich vielleicht doch bei der technischen Abteilung gehen sollte, war eigentlich, weil ich aus der Wallonie kam und einem anderen Bildungswesen halt gefolgt habe mit Französisch. Und die gingen dann halt davon aus, dass ich besser aufgehoben wäre auf der technischen Abteilung. So habe ich das nicht gesehen in den Zeiten und habe das dann wirklich als Angriff gesehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass einige Lehrer mich tatsächlich nicht mochten und nicht haben wollten, aber dass ich mich auch geirrt habe bei einigen. Ich denke, dass man bzw. je älter man wird, je reflektierter wird man auch und kann man nicht direkt quasi in den Angriffmodus wechseln und sagen, okay, du willst, dass ich meinen Bereich wechsle, dann bedeutet das, du willst das nur, weil dir meine Hautfarbe nicht gefällt. Aber ich glaube, Jackson jetzt sieht das Leben anders an, oder? Ja, in der Tat, in der Tat. Also ich sehe wohl mehr den Unterschied, wenn jemand echten Hass gegen mich hegt oder wenn es halt anders ist. Und für mich war es, ich kann es echt schwer beschreiben, aber für mich war es wirklich, weil halt die Lehrer, die meisten Lehrer echt mich versucht haben zu unterdrücken, war es dann echt ein Punkt für mich, wo ich echt gesagt habe, ja, sie haben wahrscheinlich ein Problem mit einem Schwarzen. Jackson, wie ist das so, schwarz zu sein? Ich muss nur ganz kurz was sagen, ja. Die Frage, die Frage ist wirklich nur für die, die das jemals hätte fragen wollen. Aber ich finde die Frage richtig unverschämt. Aber ich habe mich schon mit Jackson darauf geeinigt, dass ich auch ruhig alles fragen darf. Also wie gesagt, ich kann da nur aus persönlicher Sicht sprechen. Für mich ist es tatsächlich immer ein Kampf. Es ist wirklich immer ein Kampf. Wenn ich nachdenke, mir war das beispielsweise im Kindergarten nicht bewusst und im Kindergarten war das jetzt mit den anderen Kindern nicht so, sofern ich mich erinnern kann. Ich habe die ersten Probleme so wirklich in der Grundschule gesehen und habe dann einfach gemerkt, dass ich erstens mehr machen muss. Ich muss wirklich zweimal so viel machen wie Tim beispielsweise. Und wenn Tim das so gemacht hat, dann war das in Ordnung. Wenn ich das so gemacht habe, war das nicht in Ordnung. Und ich habe auch gemerkt, wie andere mich angeschaut haben. Und das war für mich eigentlich nicht so verständlich, vor allem im Kindergarten. Weil ich beispielsweise, ich sage auch immer, dass Rassismus keine Sache ist, die bei einem angeboren ist. Weil einige Leute sagen, das ist angeboren und so. Und ich finde, das ist vollkommen falsch, weil sowas lernt man. Und wenn ich wirklich zurück nachdenke in der Kindergartenzeit, alle waren ganz in Ordnung mit mir. Und das sind halt die Sachen, die du zu Hause lernst. Das, was deine Eltern dir zeigen, das, was du hörst und siehst, nimmst du mit den Jahren natürlich mit. So, und bei einigen ist es halt anders und dann merkt man das auch. Auf jeden Fall zum Nachdenken. Finde ich sehr interessant. Nur, wir leben ja hier in Deutschland und in Deutschland gibt es eine sehr starke, ausgeprägte Mischung von verschiedenen Nationalitäten, die alle auf einem Haufen sind. Sprich, du weißt von der Erfahrung aus der Schule, dass du quasi in deinem Klassenraum so viele Nationalitäten hast. Auch schon in der zweiten, dritten oder vierten Klasse. Und da gibt es dann quasi die Deutschen und die anderen. Bist du von den Deutschen oder bist du von den anderen? Interessante Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Angolaner und auch Deutscher. Ich bin ja hier geboren und viele Sachen, obwohl ich unterdrückt worden bin und so, sage ich trotzdem, dass ich stolz an deutscher Nationalbürger bin. Das sage ich wirklich mit Stolz. Aber ich habe trotzdem natürlich Momente gehabt, wo ich diesen Unterschied gesehen habe. Und es hat erst, nachdem ich in Belgien angekommen bin, angefangen, da wo ich gesehen habe, okay, irgendwie passt das jetzt besser. Weil trotzdem zur deutschen Zeit, als ich in Deutschland war in der Schule, habe ich halt auch gesehen, ich bin trotzdem schwarz. So, und es gibt dann halt die Deutschen, wir Ausländer. Aber auch wenn wir Ausländer sind, gibt es dann noch diese Kategorie schwarz. Also du würdest dann gerne noch unter Kategorien Ausländer noch schwarz, so als Kategorie alleine so quasi separieren. Ich will im Prinzip eigentlich gar nicht separieren. So, ich möchte eigentlich, wir sind alle, wir sind alle gleich, so denke ich. Wir sind alle Male gleich und so sollte auch jeder andere denken. Aber in den Augen von vielen Leuten gibt es einfach dieses Schwarz. Es ist jetzt ein Beispiel, ein simples Beispiel. Ich kenne einen Herrn, der hat eine Anwaltskanzlei. Und da musst du dir mal vorstellen, da ist einmal, wie zum Beispiel nochmal der Tim. So, da ist der Tim, dann kommt ein altes Pärchen, möchte was abklären, sieht den Tim, geht zu dem Tim. Das ist überhaupt kein Problem, da gehen die am liebsten. Dann gibt es noch den Mehmet und dann gibt es noch den Mamadou, der aus Eritrea kommt oder so. So, da gehen die lieber zu Mehmet als bei dem anderen, automatisch. Und ich habe auch Momente gesehen, da wo die gekommen sind. Also du meinst, die gehen zu Tim, meinst du? Tim ist ja schon belegt. Dann kommt der Nächste, dann gehen die doch lieber zu Mehmet. So, und dann gibt es auch Momente, die mein Vater beispielsweise miterlebt hat, da wo die gesehen haben, okay, der schwarze Anwalt, der ist sogar gut. Und die haben ihn gesehen, die anderen waren belegt, die wollten nicht. Das waren Neukunden, die kannten gar keinen von der Kanzlei, haben gesehen, das ist der Afrikaner. Nee, da will ich doch lieber nicht hin. Wir sprechen ja in diesem Podcast immer ehrlich und unabgesprochen. Und ich muss echt sagen, dass ich mich in dieser Situation, was du gerade angesprochen hast, sechs Jahre davor schon sehen kann und dass ich diese Vorurteile auch hatte. Nur ich glaube, das kam nur daher, dass ich keine Erfahrung damit hatte. Aber allgemein in Deutschland gibt es ja. Und die trifft man auch in der Schule, die trifft man im Alltag, die trifft man überall. Ganz genau. Und die sind hier geboren, die sind Mitbürger. Und ich dürfte das am eigenen Leib hier in Deutschland erfahren und richtig lernen. Das ist auch einfach ein ganz normaler Mensch, wie du bist. Das sage ich zu mir. Ganz genau. Aber für mich war das einfach nicht verständlich, da ich ja diese Erfahrung nicht gemacht habe. Aber danach habe ich es direkt realisiert und verstanden, okay, es gibt keine Unterschiede. Aber du bist auch ein normal funktionierender Mensch. Du hast das dann direkt gecheckt. Und es gibt welche, die wollen es erstmal nicht checken und einige, die können es einfach nicht checken. Du bist nach Belgien gegangen. Du hast in der Schule, ja, du hast dich in der Schule auch durchboxen müssen. Du hast die Schule auch sogar gewechselt, damit du deine Schulbildung zu Ende machst. Und dann irgendwann hast du gesagt, okay, hast du auch dein Abitur zu Ende gemacht, bestanden, abgeschlossen und dann bist du wieder nach Deutschland gekommen. Jackson, erzähl mir mal von Jackson, der jetzt in Deutschland lebt und die Vorurteile, die Jackson jetzt sieht und wie Jackson auf diese Vorurteile schaut. Was sich nicht geändert hat bei mir, was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich weiß, nicht überall, aber dass ich trotzdem zweimal so viel machen muss. Das hat sich nicht geändert. Das weiß ich, also für mich zu 100%. Ich muss echt einmal zweimal mehr machen. Meinst du, dass Mehmet auch nur einmal machen muss und nur Jackson und die Ähnlichen zweimal machen müssen? Nein, Mehmet muss auch zweimal mehr machen, aber ich muss meinen Fuß noch weiter rauslegen. Weil Mehmet hat natürlich auch Probleme, so wie ich, so wie ein Min Long auch Probleme hat. Vor allem zur jetzigen Zeit werden Asiaten sehr, sehr schnell beleidigt und so. Aber ich muss trotzdem sagen, der Asiate leidet trotzdem nicht so sehr wie Mehmet und wie ich. So, und das ist so die Sache. Würdest du schon mal auf der Straße laut angesprochen, weil derjenige davon ausgegangen ist, dass du kein Deutsch verstehst? Ja, das passiert relativ oft. Das passiert ab und zu schon. Also ich finde es cool an die Leute, die erst mal Deutsch ausprobieren und dann Englisch. Ich habe kein Problem, wenn jemand mich auf Englisch anspricht, aber es ist witzig. Es ist auch dasselbe. Also in Deutschland ist es mehr, dass die Leute mit Englisch versuchen und in Belgien war es dann so, dass die Leute öfters versucht haben, mich mit Französisch anzusprechen. Was irgendwo auch verständlich ist, weil sehr viele Afrikaner Französisch sprechen können. Aber ab einem Punkt hat mich das ein bisschen genervt, weil beispielsweise ich habe da im Einzelhandel gearbeitet. Du musst dir vorstellen, ich bin an der Kasse. So, und dann kommt die Dame und spricht auf Französisch. Ich schalte direkt im Kopf Französisch ein, das ist überhaupt kein Problem. Ich antworte auch Französisch. Oui, oui, c'est bon. Aber dann dreht sie sich um und sagt, ja Manuela, auf Wiedersehen, wir sehen uns dann. Und ich dachte mir so, ja gut, ich merke, dass Französisch sogar nicht mal deine primäre Sprache ist. So, warum versuchst du es direkt auf Französisch? So, und da habe ich auch noch nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber es kamen immer mehr Kunden, die sofort auf Französisch gesprochen haben. Und ich observiere natürlich auch die Kunden, und auch um Liebstahl zu vermeiden. Aber ich bin auch jemand, der sehr gerne mit den Kunden spricht. So, das schon immer. Egal in welchem Bereich, ich spreche sehr gerne mit Kunden. Und dann gab es einige da, wo ich gemerkt habe, okay, er ist deutschsprachig. So, er ist gekommen, hat auf Französisch angefangen, weil er dachte, ich würde nur Französisch verstehen. Ich sage, der Herr, ist alles in Ordnung, ich verstehe Deutsch, ich spreche auch Deutsch. Und der hört das, der so, ach so, ja. Und dann hat er auf einmal wieder Französisch gesprochen. So, und das fand ich auch wieder lustig. Und dann kam die nächste Kollegin, und dann war nur noch Deutsch. Ich möchte mit dir aber jetzt über die positive Seite sprechen. Über das, was du selber erreicht hast. Über die Sachen, die wirklich positiv laufen in deinem Leben. Und nicht nur die negativen Sachen, die aufgrund deiner Hautfarbe so ausfallen. Von daher, ich finde, dass du hier jetzt studierst, dein Ding machst, und du hast auch ein Projekt am Laufen, was auch ziemlich gut läuft. Erzähl mal bitte von dieser Seite, von Jackson, weil jemand, der uns hört, dann sagt, oh mein Gott, der arme Kerl. Aber das ist nicht so, oder? Ganz genau. Also, ich bin nicht verflucht. Natürlich gibt es auch sehr schöne Seiten in meinem Leben. Beispielsweise, ich habe ja mein Abitur abgeschlossen. Das habe ich mit Bravour geschafft und studiere jetzt auch hier an der Duisburg, also Uni Duisburg Essen. Und studiere ebenfalls auch BWL. Ich wurde ebenfalls bei meinem, also Nebenjob, wurde ich direkt akzeptiert. Ich bin halt Musiker und betreibe ebenfalls mit meinem Kumpel ein YouTube-Channel. Das nennt sich Primetime TV. Erzähl ein bisschen von Musiker sein und von YouTuber sein. Wie ist das und was treibst du so genau? So, das mit der Musik hat sehr, sehr früh angefangen bei mir. Meine Familie ist sehr musikalisch. Also meine Eltern singen schon seit Jahren, schon Afrika-Zeiten, in einem christlichen Chor. So, ich bin leider nicht so christlich in meinem Texten. Aber die Musik liegt mir wirklich einfach im Blut. Also das mache ich seitdem. Also ich sage mal so, in Kontakt mit Musik wirklich, also selbst zu machen, bin ich später gekommen. Das war auch sehr zufällig, weil ich eher Musik konsumiert habe. Aber ab einem Punkt hat mich ein Kumpel angerufen und meinte, ey, ich habe ein Mikrofon gekauft. Wir können jetzt unserem Traum folgen. Und ich dachte mir in dem Moment eigentlich, ich weiß nicht, wovon der Junge da erzählt war. Ich habe das noch nie erwähnt oder so. Weißt du, was ich meine? Und dann bin ich halt einfach rübergegangen und dann haben wir angefangen, die ersten Sachen zu machen. Und dann habe ich gemerkt, ey, irgendwie das knallt. Das ist irgendwie, das ist schon geil. Das ist wirklich schon geil. So, und dann habe ich dies gemacht, während ich im Internat war. Denn ich habe ja davor, also ich habe ja im Internat gelebt, so gesehen, aber das war nicht so ein Internat, wo ich das Wochenende überbleiben konnte. Sprich, ich bin dann immer am Freitag zurück nach Neuss gefahren und bin dann am Sonntagabend wieder nach Belgien hochgefahren. Und während dieser Zeit, das war, glaube ich, eine Fahrt von fast vier Stunden oder so, hatte ich die Zeit gehabt, im Zug zu texten. So, und da habe ich meine ersten Texte geschrieben, immer im Zug. Und habe dann auch gemerkt, dass das wirklich nicht schlecht ist. So, und ich habe auch gute Auftritte gehabt, sehr gute Leute kennengelernt. Und ja, ab dem Punkt, es war zwar unerwartet mit der Musik, aber das ist so eine Sache, die wirklich zu meiner Leidenschaft geworden ist. Aber genauso ist das mit dem YouTube-Projekt. Ja, seitdem ich jetzt hier in Duisburg bin, habe ich das Primetime-Projekt angefangen mit Chris. Das ist mein Partner. Und da machen wir alles Mögliche an Zeugs. Wir haben mit Umfragen angefangen. Hauptziel war trotzdem immer Kollektivprojekte. Das ist immer im Kopf geblieben, auch von der Speak-Up-Zeit. Also Kollektivprojekte sind immer da im Kopf geblieben. Und dann haben wir auch mit einem Projekt von uns, also ein Speed-Date, haben wir auch wirklich gut Fuß fassen können. Vielen Leuten gefällt das. Wir haben da bei Speed-Date immer, also das werden wir auch natürlich wechseln, wir haben da immer eine Dame gehabt und mehrere Herren, die dann deren Glück und deren Motivation zur Schau stellen. Ja, sehr cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg auf dem weiteren Weg, sowohl in der Musik als auch in YouTube, als auch an der Uni. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon ziemlich viel in deinem Leben erreichst. Durch deine Sympathie, durch deine Art, wirst du ganz viel erreichen. Dankeschön. Obwohl du immer zweimal so viel machen musst, aber trotzdem, ich sage mal, Erfolg ist kein Glück, oder? Ganz genau, ja, ja. Also ich finde immer, du machst dir selber dein Glück. Schön. Dann kommen wir jetzt zur letzten Runde und zwar fangen wir direkt damit an. Jackson, beschreib dich bitte in fünf Worten. Das ist jetzt ein bisschen krass. Ich würde sagen, dass ich eine sehr sympathische Natur habe. Ich bin ein geduldiger Mensch, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin lustig. Ich bin zwar ruhig, ja, ruhig bin ich auch, aber ich bin lustig, das kann ich auch sagen. Da sind wir, glaube ich, bei vier. Da muss ich mal nachdenken, was haben wir noch da? Ich bin, ich bin vor allem, was meine Musik angeht, ziemlich zielstrebig. Also was Musik angeht, das ist auch so, das, was ich ebenfalls machen möchte. Also man sagt ja auch immer, BWL, das ist Standard, was man studiert, aber ich will das eigentlich nur machen, weil ich im Endeffekt mein eigenes Musiklabel kreieren möchte und ich das nicht nur in der Hand von jemandem lassen möchte, sondern auch checken möchte, was abgeht. Ja, mega cool. Kommen wir direkt zur zweiten Frage. Jackson, was würdest du zu dem zehnjährigen kleinen Jackson sagen, jetzt 13 Jahre danach? Ja gut, dann sage ich dir, mein Freund, dass du aufhören sollst, so faul zu sein. Du schaffst zwar dein Abitur, du machst das, aber auch wenn du das gut hinbekommen hast, du hättest das definitiv besser machen können und Finger weg von Zigaretten. Alles klar. Dann komme ich zu der Abschlussfrage und zwar hau bitte einmal raus deinen allerbesten Spruch. Mein bester Spruch? So, es ist eigentlich ein Zitat aus der Bibel. Es steht auf Matthäus 7,7. Das gilt nicht nur an Christen, das gilt wirklich an alle Menschen, dieser Satz. Also ich kann den auch nicht perfekt. Ich mache das einfach mal mit meinen eigenen Worten. Und zwar, wenn du anklopfst, anklopfst an der Tür, dann wird dir diese Tür geöffnet. Wenn du fragst, dann bekommst du eine Antwort. Wenn du suchst, dann findest du. Damit will ich einfach sagen, dass alle Leute, die etwas vorhaben, nicht Angst haben sollen, dieses Vorhaben anzugehen, sondern tu es einfach. Frag nach, wenn du Hilfe brauchst und du bekommst auch diese Hilfe. Such nach dem Weg und du wirst auch den Weg finden. Eine ganze Weisheit würde ich mal meinen. Na. Cool. Cool. Sehr schön. Ich habe mich richtig gefreut über die Folge. Ich glaube, dass die Folge schon einige heikele Themen angesprochen hat. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr liebevoll und respektvoll mit der Folge umgeht und mit der Meinung von Jackson und dass egal, welche Hautfarbe ihr habt, dass ihr trotzdem euch versucht, in eine Situation hineinzuversetzen und zu verstehen, wie man in so einem Fall denkt. Ansonsten, mir bleibt nichts viel zu sagen und ich würde gerne die Folge dann mit dir einmal, mit deinen Worten abschließen, Jackson. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit und würde von dir gerne wissen, was du allen Menschen der Welt in einem Satz sagen möchtest. Ich bedanke mich auch erstmal, dass ich hier sein darf, dass ich so oft sprechen kann. Ich fühle mich sehr wohl und meine Message an alle da draußen ist vielleicht wiederholt, aber if you got a passion, then stand up and go follow it. Do what you got to do. Vielen, vielen Dank und ihr werdet auch in den Show Notes alle Kontaktdaten zu Jackson finden. Wir verabschieden uns. Hat dir die Folge gut gefallen? Dann hinterlasse bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn dadurch wird die Folge viel mehr angehört und du supportest auch diesen Podcast und mich vor allen Dingen. Ich bedanke mich bei dir von dem ganzen Herzen und ich werde dir wirklich bis zu aller Ewigkeiten dankbar dafür. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis. Das war's schon wieder mit Deutsch-Agarisch. Bis bald. Kan maakun Amr fee? Arb-I-Almani. Istan Nuna bil-Halak-Tel-Gaie. بت� BIO 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 BIO